Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video heute. Heute spielen wir Tiny Town. Das ist so ein Spiel, also man hat eine kleine grüne Wiese vor sich und man kann Städte platzieren, insgesamt Häuser, Autos und das halt alles. Und du kannst dann re-rollen, wenn du halt nicht Dinge bauen kannst und dann musst du alles platziert haben und dann hast du das Spiel gewonnen. Und guckt euch das Video gerne bis zum Ende an, würde mich ganz so freuen, wenn ihr ein Like, Abo und einen Kommentar da lässt und dann sehen wir uns drin und ciao. Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video. Heute spielen wir Tiny Town. Diese Demo gibt es anscheinend nicht mehr, anscheinend, aber wenn einmal eine Demo da war, kann man sie trotzdem installieren. Also ich kann sie trotzdem installieren. Und das ist so ein Aufbauspiel, würde ich mal sagen und dann gehen wir mal direkt rein. So, guck, da können wir direkt hier platzieren. Oh, und wir können auch schieben. Also ich würde sagen, in der Mitte. Dann können wir den Park platzieren. Und daneben sowas. Und jetzt können wir eine Straße bauen. Wie kann ich das platzieren? Was ist das? Ah. Ah, ich muss es direkt in den Winkel weisen. Ja, wie... Witzig. Wie platziere ich dies? Geht gar nicht. Ich habe nur eine Straße. Ich kann es nicht platzieren. Nein. No. Ich habe versagt. Ah, ein Upgrade. Ah. Genau so. Ja. Okay, Supermarkterhöhung. Guck mal so. So. Was haben wir? Wir haben immer noch eine Straße. Äh, wo kann ich das platzieren? Minus 12, Erhöhung. Ich habe keine Ahnung, wo ich das platzieren. Was ist denn das überhaupt? Ah, ich muss das... In bestimmten Winkeln bloß platzieren. Was ist das? Ein Parkplatz. Äh. Überspringen. Mhm. Ähm. Ähm. Nukleärer Power. Minus 2 Bewohner. Minus 10 Industrie. Und plus 99% Energie. Ich würde sagen plus Leute. Boah, wie bauen wir jetzt? Ich würde sagen, ich baue da so. Genau so. Okay, Haus. Zack. Eine Straße. Oh, Erhöhung. Pinty Party. Minus 1 plus 5 minus 1. Ja, okay, bauen wir das. Weil Strom bauen wir ja gut. So, was haben wir jetzt? Polizeistation. Jeder braucht eine Polizistelle. Genau. Was haben wir jetzt? Ein Park. Und jetzt würde ich sagen... Freude. Genau. Jetzt mal wieder das. Zack. Erhöhen. Was haben wir jetzt? Ist das eine... Ach nee, das ist so eine Straße. Äh. Dann gehen wir hier hin. Oh, ist die Musik laut? Für mich ist sie laut. Tut mir leid. Zack. Ach ja, Parkplatz. Genau so. Ah. Ein Wasserturm. Zack. Was haben wir jetzt? Ach, wieder Straßen. Kann man... Ach, wir können uns sogar drehen. Was haben wir jetzt hier? Zack. Zack. Was haben wir jetzt? Eine normale, gerade Straße. Was ist das? Zack. Ein Park. Zack. Straße. Plätzchen mal mal da. Ah. Das können wir gut gehen. Ähm. Das werde ich, glaube ich, sogar hier platzieren. Zack. Erhöhen. Was habe ich jetzt? Ach, so eine Straße. Zack. Dann wird hier wieder ein Parkplatz. Dann was haben wir jetzt? Eine normale, gerade Straße. Perfekt. Ähm. Das wechsele ich mal. Perfekt. Perfekt. Gerade Straße. Parkplatz. Solarpanels. Was habe ich jetzt? Gas. Ach, Autos. Geht nicht. Und geht das hier nicht? Ähm. Hospital. Ein Bürgerladen, würde ich sagen mal. Et hier nicht. Aber hier. Keine Haus. Okay. Was haben wir jetzt? Turnhalle. Perfekt. Turnhalle. Casino. Nah. Casino erwinnen. So. Ein Park. Erhöhen. Gas. Plus eins. Straße. Hier haben wir wieder einen Parkplatz. Genau. Was haben wir jetzt? Ach, wieder einen Parkplatz. Zack. Jetzt haben wir wieder eine Hütte. Zack. Und ich würde sagen... Geht nicht. Ich muss hier... Ein Dinner. Ein Diner. Erhöhen. Jetzt haben wir wieder Straßen. Und wieder das. Perfekt. Gibt es hier nichts zu erhöhen. Dann will... Dann will ich... Wieder ein Gebäude. Zack. Was ist das? Sowas. Zack. Zack. We won. Zack. Was haben wir jetzt? Wieder einen Parkplatz. Äh. Zack. Plus zwei. Okay. Was haben wir jetzt? Ein moderne... Ein Polizeistation sogar. Plus fünf. Das werde ich sogar hier platzieren. Erhöhen. Willow. Willow. Straße. Gebäude. Erhöhung. Weiterbauen. Gebäude. Kann man das irgendwo erhöhen? Nein. Okay. Hm. Wann... In dem Minimu. Ah, nee. Zack. Watertorm. Watertorm. Zack. Was haben wir... Was ist das? Was habe ich hier jetzt? Ein... Motel... Ein Hotel. Äh... Ah. Was habe ich jetzt? Ach, wieder Strahl. Zack. Was ist das? Ein... Strom... Genau dahin. Was bringt mir jetzt die Straße? Ich glaube, die Straße bringt mir gerade nichts. Nicht zu viel. Aber wohn mal hier hin. Immer das. Und das Reloan. So. Reloan. Zack. Kommt da ein Parkplatz hin. Zack. Kann man auch Dinge abreißen? Nee. Warte mal. Ah. Ah. Ja, jetzt kriege ich erst sowas. Wo soll ich das Ding hinpacken? Nirgendwo hin. Dann müssen wir wechseln. Zack. 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 Was haben wir jetzt? Ein normales Haus wieder. Zack. Zack. Ein Wasserturm. Zack. Zack. Wenn ich was abreißen könnte, das wäre cool. Müsste ich rerollen. Nehme mal das. Was habe ich jetzt? Genau. Eine Straße. Perfekt. Was habe ich nochmal? Bringt mir nichts. Genau. Erhöhung. Wieder eine Straße. Bringt mir nix. Ein Parkplatz. Kann ich erhöhen. Würde mir auch nix bringen. Auch nix bringen. Auch nix. Ein Parkplatz könnte ich nochmal Platz hin. Bringt mir aber nix. Bringt mir nix. Bringt mir nix. Bringt mir nix. Ich kriege aber nur Parkplätze. Ja. Bringt mir halt nix. Ja, wie viel ich rerolle. Ich kann nicht rerollen. Anscheinend muss ich wirklich diese letzte Straße platzieren. Score. Okay. Okay. Energie. 0 von 25. Ach ja, macht Sinn. Back. Überfreund. Sehr interessant. Strategie-mäßig anscheinend. Wenn es euch natürlich gefallen hat, das kleine gechillte Spiel, lasst gerne ein Abo und ein Like und einen Kommentar. Würde mich ganz erfreuen. Und wir sehen uns im nächsten Video natürlich wieder. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.